Oh, das ist eine Perwelle. Jetzt hast du einen langen Fäscher da, ne? Ja, natürlich. Das schlägt. Kommst du her? Wo ist denn deiner? Woher ich da hinkomme? Das ist eigentlich auch eine Bibelidee. Das ist eigentlich eine Bibelidee. Komm schon. Das ist eigentlich eine Bibelidee für ihn. Komm schon. Ah, gut.